Hallo meine Lieben, ich bin es wieder, eure Nadine von Nadinsfeld und herzlich willkommen bei meinem Kanal. Ich nehm momentan noch mit meinem iPod auf, aber jetzt die nächste Woche kommt meine kleine Camp. Meine Minicamp. Ich guck jetzt grad mal mit euch nach den Teichen. Teich 1 und so weiter. Ja, Mini 1. Da ist ja voll viel Wasser weg, seht ihr das? Alter! Ey, voll extrem ne. Und ja, soviel dazu. Normalerweise wollte man am vergangenen Samstagmenü unten. Und ja, hat aber einer gesagt, ähm, man bräuchst die noch nicht mähen. Und jetzt? Das ist vor 2 Tage her, ja. Vor 2 Tagen hat einer gesagt, nee, nee, hier ohne brauchen wir nicht mähen. Das geht noch. Ja, und guck mal, ich guck mal, wie hoch das Wasser, äh, wie hoch das Wasser des Straßen ist. Gut, der, der hat noch ein bisschen, aber jetzt sind's. Ich bin mal gespannt, was meine Seerosen machen. Okay, unten ist ja gar nichts mehr. Ich muss, ähm, ich hol gleich nochmal mein Handy und mach nochmal Bilder davon. Da ist ja gar nichts mehr drinne. Scheiße. Scheiße. Regen wird sehnsucht. Sehnsucht. Ach, ihr wisst, was ich mein. Aber wartet. Der Regen. Ja. Ich geh mal zu dem vorletzten Teil, den letzten Traumereitum, da ist eh nichts drinne. Der ist ja genauso leer. Alter. Boah. Ihr seht, ne, da wo, ähm, es feucht ist, ne, da war noch Wasser, ne. Ist jetzt, äh, von gestern auf heute total vertrocknet. Besser was, ich stehe jetzt mal zurück und hol mein Handy, ey. Das muss ich dokumentieren. Das muss ich in der NABU-Gruppe zeigen, wie das hier ohne aussieht, ey. Ah. Also das geht ja gar nicht. Ich sag's gleich. Es geht nicht. Es sieht ja richtig schlimm aus. Ich hab, weißt du, letztes Jahr, äh... Boah, nee. Okay, also hier unten. Hä? 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 Hier unten ist das Gras noch nass. Das ist krass nass. Alter. So, als hätte es in die Griechen oder so. Es wird sich anders, als wäre das krass nass. Ich muss erst mal gleich mal gucken, ob ich, äh, Zirkenpappe. Mich hat auch am... wann war das? Samstag? Samstag. Am Samstag haben wir was gemacht. Genau, für... ihr wisst schon was, ne? So. Mein... äh, Radio-Loft. Ist mein Handy-Loft. So. So. Ich guck mal, ich hoffe mal, es geht jetzt. Das mach ich jetzt aber ganz leicht. Wenn ich einmal komplett rum bin. Zeit, wie laufen wir da hinten hin? Uchifff. Uchifff! Sorry, ich habe ähm... Heuschnuppen. Ich brauche... meine Tabletten sind bestellt. Meine neue Tabletten, meine Allergietabletten sind bestellt. Ja. Willkommen als Taro. Ja, Hummel ist gut. Hier ist auch gesehen auf Gras. Frösche und so weiter. Grashöpper, ja. Boah, ich komme jetzt schon über. Da hast du ein Bild gemacht. Eieiei. Eieiei. Jetzt kommt mal ein Tampalippensteil danach. Der hat ja so gut wie gar nichts mehr... Alter, da ist ja voll zurückgegangen. Alter. Nee. Nee. Ey. Ey. Also da wo ich jetzt stehe, hier, ja, da ist normalerweise Wasser. Kann jetzt komplett am Rand langlaufen. Seht ihr? Alter, ist das zurückgegangen. Das ist ja voll zurückgegangen. Alter, nee. Und dahinter ist ne Bachstelze. Läuft da. Alter. Ist doch hier oben, Alter. Habt ihr's gesehen? Wie scheiße es aussieht. Alter. Ey, das ist ja... Nee. Alter. Okay. Also den Sprinkbruch können wir hier nicht aufstellen. Müssen wir weiter vorne aufstellen. Nee. Nee, ne? Also hier vorne ist eh leer. Ich bin gespannt, ob der hintere leer ist. Was sagt ihr jetzt? Ist der leer oder nicht leer? Nicht? Wie jetzt? Muss das Wasser hin? Er ist leer. Er ist leer. Ich will warten, bis meine Kamera da ist. Ich muss mich so einstellen. Bitte. Ich geh in die Sonne scheiße. Ich hab hier noch ein paar Reste von... Ich hab grad noch so einen Mini-Donut wie gestern, obwohl ich auf Fasten bin. Also ich beende das Video für heute. Und man hat wieder aus der Schlaufe gekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Äh, Tiers Amigos mit meiner neuen Kamera dann wahrscheinlich. Aber ich bringe nochmal ein Backse... Ja, ein Ausparkvideo. An Boxing. Ja. Das bringe ich auf jeden Fall mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.